Hier ist Spongebob auf Mallorca. Wir haben ihn entdeckt. Oh scheiße, den sieht man gar nicht. Ich muss den mal filmen. Warte, gleich kommt er ins Licht, der Spongebob. Ich hab ihn gefunden. Also wohnt der Spongebob also auf Mallorca. Da läuft der Spongebob. Hier wohnt er. Vom Wegen im Meer.